Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ja, wir stellen den Oldschool-Emote mit dem Spind von Herrn sofort und mit meinem Spind vor. Ja, ich hoffe es gefällt euch und jetzt lassen wir das Ding einfach mal laufen. Ich werde mich jetzt hier schön wieder ausklinken, damit die Sound-Quali wieder nach oben geht. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.